so hier sind wir zurück bei der landwirtschaft extremen ich sitze immer noch im traktor ich mache den spieler ein bisschen leiser wir wollen ja die bga lehren quatsch ist ja völliger humbug wir brauchen geld wir wollen ja die bga lehren wir wollen das hochsiedel lernen dazu muss man den abfahrer ausschmeißen und den kostenlosen hochsiedeln und dann muss man das so gut schaukelt bisschen das ganze mal so ich muss mir jetzt mal ganz kurz überlegen wie ich das am dümmsten mache hier der kurs war nämlich gerade ein bisschen zu lange also knicklenker immer mit längeren so wichtig ist bei dem unterfang man braucht drei haltepunkte sonst funktioniert das ganze nicht sondern das ist ja so ein ganz kurzer kurs so maus hier beginnt so wir fahren los jetzt knallen wir uns hier ganz viele kreuzungspunkte rein zack 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 und stopp wir löschen den mal machen hier unser erstes weil da fehlt ja schon ein bisschen was so also man muss vor dem silo einen haltepunkt setzen dann fährt man einfach über das silo drüber nach möglichkeit gerade höhe ist ganz hinten ich muss noch kurz hier vor dem abladen machen ganz nach hinten ah ja das ist ja auch praktisch so geht's auch mal hier ein bisschen silage hingeschüttet so ja dann drücken wir wieder p dann drücken wir auf jetzt fahren und fahren die ganze scheiße wieder zurück natürlich nicht die ganze scheiße wir fahren jetzt hier einfach wieder zurück 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 langsam dann drehen wir ihn hier rum dann fahren wir vor jetzt gucken wir mal dass wir das hier ein bisschen besser hinkriegen so jetzt bin ich die letzten male immer zu nah hingefahren irgendwie ich mache das mal so abladen noch reingegangen oder ging alles daneben ich habe jetzt nicht wirklich aufgepasst na Pause machen wir den hier weg mal Pause aus fahren wir noch ein Stück vor so ach das war natürlich auch wieder Mist ach kacke ich kann ja alle nochmal löschen ich habe rückwärts fahren vergessen auszumachen ich habe rückwärts fahren vergessen auszumachen und zwar bis hier das ist wichtig dass man das nicht vergesst weil sonst haut es natürlich alles hin löschen wir die alle genau anscheinend jetzt jetzt zwei mal vor bush Uhr 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 So würde ich sagen, so Haltepunkt, jetzt fahren wir rückwärts. Halt, Stopp, habe ich beinahe schon wieder vergessen, jetzt fahren wir vorwärts. So, dann machen wir Stopp, dann machen wir hier, aufs Ilau, leeren, jetzt gucken wir mal schnell nach dem Lamborghini, wo der festhängt, das ist natürlich richtig, dass der in den Bäumen festhängt, das ist ganz wichtig. Ah, das ist unklug, sich hier hinzustellen. Aber das geht glaube ich auch nicht. So. So, jetzt schnappen wir uns den hier. So, Kursaufzeichen und Beginn, wir fahren los. Äh, wir fahren, na, darüber. Wir brauchen gleich wieder Kreuzungspunkte, weil es ist ein Stück gerade raus und dann knallen wir uns hier ein paar Kreuzungspunkte rein. Und dann können wir normal fahren. Knallen zur BGA. So, Kurven, am besten so mit 20 bis 25, ansonsten, Kursplay macht sonst eventuell Probleme. So, wir können hier runterballern. Vollgas! So, achso, was ich in der ersten Folge nach meiner Pause jetzt hier vergessen habe, obla. Ähm, mein Savegame ging irgendwie nicht mehr. Warum, weiß ich nicht. Ich habe, ähm, beziehungsweise, der Landwirtschaftssimulator legt ja Backups an. Da konnte ich eins davon nehmen, was dann wieder ging. War natürlich dann nicht, ich bin dann der BGA vorbeigefahren. Ich war da noch nie und ich dachte, die ist weiter unten, aber die ist ja hier. Dann löschen wir das einfach. Ich muss da hier abbiegen. Ist ja nicht so, dass das da dran steht, ne? Ähm. Ja, also mein Savegame ging nicht mehr. Ich habe dann einfach das letzte funktionierende Backup genommen. Ähm. Damit ging es dann. Silo, Ständer und alles habe ich soweit wieder hergestellt. Kontostand auch. Konnte ich ja im... So. Sog mir hier rum. Äh, konnte ich ja in den Videos sehen. Und... Ja, ich habe jetzt auch... Meine ganzen Silos sind alle leeren. Am Hof. Also ich muss einfach, ähm, bin von minus... Ich wollte von dem Minus runter. Was ich ja jetzt auch geschafft habe. So, jetzt hier rein. Jürgen. Hallo, Schrank auf. Jürgen, dann lang zu verkaufen. Ach, jetzt gehört mir die noch gar nicht. Oder wie? Ja, kriege ich die kaufen. Verkaufen. Ja. Mit Klaas, 600.000. So ist ich dich. Boah, ist nicht dein Ernst jetzt hier, oder? Gut. Hätte man das aufgeklärt. Kann man hier brand reinfahren. Alles klar. Gut zu wissen, wieder was gelernt. Man sollte die Dings lesen. Soll es kommen, wo man noch die Lager verkaufen kann. Ich glaube, nur wenn es. Hm, klar. Nicht klar. Können wir den Kurs ja getrost vergessen. Gut, dann können wir ja den Kurs quasi direkt lösen. Kann eh nichts dran anfangen. Gut, dass wir das geklärt haben, dann kann ich ja mit der Silage gar nichts anfangen. Also Kühe füttern. Äh, Kühe, hoppla, Kühe füttern und... äh, Kühe füttern und Mischfutter machen. So. Puh. Also 600.000 Kohlen. Hm. Muss man ja schon haben. Jetzt sind wir bei 76. Dann würde ich sagen, wir haben ein paar Hackschnitzel. Bäume haben genug. Äh, ja, dann... Dann lasse ich den Hänger einfach so nehmen, den einfach zum Auffüllen. So. Kann ich hier jetzt einfach reinfüllen? Nö, oder? Nö. Das ist einfach der ganz normale Futtertrog. So. Ganz kurze Pause. So. Ganz kurze Pause. Also. Ganz kurze Pause. 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 So, da bin ich wieder. Dann parken wir den mal da hinten, würde ich sagen. Und dann nehmen wir den einfach mal her zum Futterfüllen. Ne, da nehm ich, ich möchte den daneben, den betellen. So. So. So, dann parken wir den mal da hin. Den Kollege. Brauchen wir dann erstmal auch nicht. Oh, warte mal, können wir das Stroh, wie viel Stroh haben wir? Stroh, Stroh. Warum steht das hier nicht? Stroh. Warum steht das hier nicht? Warte mal, das steht doch da unten, oder? Renn, 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 renn. Das steht doch hier unten, an der Tafel. Lauf, vorreist, lauf. Stroh, Stroh, Hammer, 800.000. Wo kann man das den gewinnbringend veräußern? Stroh, nimmst. Hm, blöd. Aber den Kühlen kann man, glaube ich, was reinschmeißen, oder? Den Futtertronk. Äh, Silage haben sie jetzt. Stroh. Stroh. Nur guck. Stroh. Oh, wir haben mal die Schafe voll. Aber dann Knicklenker und, äh. Äh, ich möchte das so haben. So. Oh, nicht auskippen. Voll machen. So, ja. So, dann filmen wir das noch voll. Und dann machen wir die Folge zu Ende, würde ich sagen. So, Kaskottle. Wo soll man denn das Stroh hinschmeißen? Sollen wir einfach mal hinkippen? Ja, so. So, ist jetzt was drin? Stroh, null. Aha. Äh, gut. Dann muss man das wahrscheinlich, äh, einstreuen. Ich dachte, das geht vielleicht so. Äh, aber wie soll man das denn mit dem Hänger, oder wie? Äh, da muss ich gleich noch mal gucken. Äh, machen wir in der nächsten Folge dann. Äh, genau. Dann gucke ich noch mal. Ob das mit dem Hänger geht. Ich dachte, vielleicht gehen wir das so hin. Ne. Das muss. Äh, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.